Der neue Rostar 55 3 Kilowatt Leistung werden wir jetzt sehen und das hat natürlich einen spektakulären Beginn und dann kurz schnell passen sie rein da und leistet der Traummotor-Wähne brennt und dann wird das nicht erwartet und dann wird das Auto führen und ja aus dieser Rostar ich hab den Rostar-Pabinie herausgebracht und dann hat das ganze die nächste Hubschrauber sehen und da sind also die Grenze in Steigeleistungen und natürlich die Leistung bis auf die Hubschraubern estens 100 Kilowatt bis jetzt wieder bis jetzt wieder bis jetzt eine neue Hubschrauber passen bis jetzt Seite Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020